Ok Leute, weiter geht's in Pokémon Smart. Ich hoffe, man hört mich jetzt wieder richtig und Lukas ist halt auch wieder dabei. Wie immer. Und ja, es geht jetzt weiter. In diesem Part machen wir Markmas Versteck. Und ich muss erstmal wieder heilen jetzt. Und für Markmas Verstecken müssen wir wieder zum Steilpass. So konnte man. Ja, ich weiß. Also fliegen wir nach... Bad Lauberstutz. Also wie gesagt, wenn ich so will, hier kann man sich das Ei holen. Ah, was jetzt wieder. Scheiße. Ich muss Kurzpause machen, das war wieder so ein scheiß Glitch. Also bis... Okay, oder geht's? Ja, ich habe wieder reset it. Und wieder ein Domi Jutta ruft mich an, ich nicht kenne. Mal. Auf jeden Fall... ähm... Können wir jetzt hier wieder Gondel fahren. Und ja. Hier vom Schlotberg, das sind ja so ein paar Trainer, die wir schnell besiegen können. Zum Beispiel der... Äh, die hier mit dem Komma. Und dann eben noch diese Oma hier. Das war mit dem hier. Oh, Makrita. So. Oh, Mann. Das sind irgendwelche fremde Omis. Voll Merker, ey. So. Jetzt reagiert der Feld nicht auf das Magma-Emblem. Und mein Gott, jetzt ist hier eine Eröffnung. Schon sind wir drin in, ähm... Magmas Versteck. So. Lass mich mal schnell Schürze ansetzen, noch. Hier kommen Nerven, bevor wir mal mit kleinen Schenkehrock oder Kurthel. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Also, wieviel zieht die Bodycheck. Ich steige genau 85. Ja, okay. Bring ich ihm Stärke bei, dafür. Also, wir wollen noch mal lernen, oder? Ja. Äh, ja gut. Jeder kann's lernen, ich, jeder. Ich bringe das hier jetzt einfach frei. So. Ja, also, das Magma-Emblem ist versteckt. Gibt's nur ins Markt, nicht in Rubin oder Sophia. Also. Die, die Rubin oder Sophia zucken, können das hier... ...meisten das hier nicht gucken. Aber es würde mich natürlich freuen. Wenn ihr meine Videos wieder gucken würdet. Also, ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Okay. So, wir sehen. Wir sehen. Ja, ja. So. Wir sehen uns noch ein paar Gruppen. ein schlafen immer gar nicht ich die über die ich so mal in der Nähe und kommt Natürlich muss ich selbst verletzen, komm Und wir Tranken sitzen Ähm So Ja Aus dem Level, dann entwickelt sich's endlich zu, äh Flygern Deswegen soll ich Libeldra Auf Deutsch Und, ja Röbelkämpfe, mach ich mal Speed, dann weil die sind Wirklich Flamer geht's nicht So Noch einer Ja, Finale natürlich Dann kommt es ein scheiß Finale Wohl wenn man dringend ein Viech besiegen muss, bringt schon was Aber Halt nicht, wenn's dein nächstes Pokémon ist Ähm Burnhill Und, ja So Geht's nicht lang? Da oben, da oben, da oben, da oben Schon noch ein bisschen was drin Ja, nur ein Bildern oder so Du bist da drin? Ja, Doppelkampf Training, Training Aber wie stark Naja, egal Ja, aber Töölich geht also Ich würde mich wieder daneben Ne, ne aufzuzehren, zum Angeber Hey ich muss doch zum boss kommen Lärm also 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 schlechte zu beurteilen als was sie haben auch aber jetzt hier rein alles der röbel von ganz am anfang zu bade sie entdeckt immer so gut 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 ja vielleicht benutzen wir vielleicht letztes level vor der entwicklung von wie bravo war oder so also um so aus hier runter und hier runter ich habe schon wieder nicht mehr ok zu bürger zu wird das ist von der war noch besser ist Carpador noch besser ist Carpador Abitur brauche ich muss ich irgendwas verkaufen oder benutzen ja im brief auch jetzt recht nicht nichts gebraucht ja Rüffel Speedtaste ist witzig oh leih Angeberei so gut, jetzt gehen wir weiter gehen die hier sehr verfügbar ja rüppel speed auch zum glück kein angebung ich mein kein finale so ja noch ein nuggets zum fünf nuggets können wir langsam mal verkaufen ach rüppel ja growdown und kantex an uns werfen druck rüppel da bekommst du gar noch I'll my first really good the ja intensität a day die Sitz-Town um Prozent hier haben wir wieder Markmann Vorstand Kalle ja auch Vorstand kann ich noch mal Speed machen Obwohl die ja natürlich auch nicht allzu gut sind Die sind halt so wie Commanderin, der man zum Perl und so Ja, mal ein männlicher, ein weiflicher Und so Mir ist schon mal aufgefallen, dass Team Plasma kein Versteck hat Nee, die haben echt nix So, hör schon nix Ja, ich kann's ja in der Bearbeitung wieder hochschwommen Naja, egal Ah, mein Speed noch nix Sorry, war angebrei, nervt So Und dann fährt sich das noch fünf Level Ja, ja, nach dem Kampf Ja, Alter Aber dann, der Boss ist dann wieder übelstark Oder auf jeden Fall Der Aquabus, wenn zu kriegen Hier hochkommt Ja, ist schon übler Das ist schon übler Level-Unterschied da bei Arenaleiter 33 und dann 42 Ja, und deswegen rentiert sich das Training, Leute Ähm, weil eben die siebten Arenaleiter Äh Deutlich mehr anspruchsvollere Pokémon haben Und das wäre jetzt ein Fehler Aber egal Solange er keinen Feuerattacken einsetzt Bin ich zufrieden Beziehungsweise Bodenattacken Tja, gut Klappe-Leber Ja, ach ne So Das ist doch nicht mehr So, und hier haben wir schließlich Magma-Boss Mag Und den Groudon Groudon Nichts kann dein Schlimmer in dem heißen Magma stören Du wolltest, dass die blöde, diese blaue Kugel haben Ich hab sie dir gebracht Ihr Licht soll dich aufwecken Und nun zeig mir Zeig mir deine ganze Kraft Ja, das ist natürlich zu dumm Um zu wissen, dass blau für Kyokre und rot für Groudon ist Groudon kann fliegen Was? Ja, Groudon ist weggeflogen Na, ist zu dumm Wenn ich die rote Kugel gehabt hätte Wäre das nicht passiert Aber jetzt battelt er uns nämlich auch noch Bitte die, bitte die die Schuld dafür, gell? Ja Die hättest du die Schuld dafür, dass du das, ähm... Du hast nicht geglaubt Ein Idiot Okay Schon stärkeren Bogen, guck Was hier Rübel nicht schaum hat, der jetzt Zum Angeberei Hey, guck Was? Ich hätte wohl doch etwas mehr trainieren sollen Ja, der kann sich keine Top-Genesung leisten, der muss einen Super-Trank einsetzen Ja, der ist Wasser Nein, das kann man direkt zurück Oh, das kann man genau ein zurück Oh, das kann man genau ein zurück Also, das kann man mal schnell zurück Leiden im Kapit, boll Sie liegen, die hier befühlen Tatsächlich wäre das Super-Trank going Supertrank Ja Und was hat er eigentlich Er hat Zubat und dann X-Bot Was mal in seinem Golbat passiert Ich muss schon Ich muss noch mal gegen ihn Hm, ne, ich kann noch mal gegen den Akrobus Atrium Später dann Oh, komm, sterb nicht Und schon haben wir besiegt So gut ist er Es muss einen Grund geben, warum Groudon geflohen ist Das willst du mir doch sagen, oder? Wrong, 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 wrong Hm Du meinst, das wüsste ich nicht? Da Groudon weg ist, hat dieser Vulkan keinen Nutzen mehr Ich werde Groudon folgen Hier trennen sich unsere Wege Oh mein Gott Und tschüss Wieso kann man nicht auf Magma surfen? Oder auf Lava, oder was das immer ist Wo geht's dann hier hin? Ist hier noch was? Nee, ich glaub nicht weiter Ich komm jetzt da wieder raus, du bist du Ich komm jetzt da wieder raus, du bist du Mein, du rennst wieder zurück Ich werde jetzt nach oben, du musst Ich bin sicher Ich bin da vorne Nein, ich muss hier rein, du bist da drin Wir sehen uns dann abonniere Auf geht's Ja, ich bin da rein so und draußen sind wir das kann gleich noch unterspringen um uns zu heilen ähm so wir es jetzt noch machen oder im nächsten Port wir werden dann sehen wir uns im nächsten Port da werden wir es dann mit Team Aqua zu tun bekommen also bis dahin hat rein und tschau tschau